Die Mini WLAN Kamera kann mit einem bestehenden WLAN verbunden werden oder ein eigenes WLAN aufbauen. Dieses eigene WLAN testen wir jetzt. Außerdem sieht man später noch Videoaufnahmen, die auf MicroSD-Karte angefertigt wurden. Im Test können wir uns problemlos ca. 20 Meter weit von der WLAN Kamera entfernen und haben immer noch ein gutes Live-Video ohne Ruckler und Verzögerung. Nun sehen Sie eine der Videoaufnahmen, die auf MicroSD-Karte angefertigt wurden. Weitere Informationen finden Sie auf www.alarm.de 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 www.alarm.de